herzlich willkommen zu einer weiteren folge 7 days to die wie ihr mit dabei ihr seht schon wieder diese cb so ich würde sagen wir gehen mal in die kreischa erledigen jetzt sind wir ziemlich still gerade hübsch wo sind sie hin das ist hier doch jetzt schon verrückt das kann ich mir gar nicht vorstellen das ist hier ich weiß nicht wenn ich nicht Schöne echt weg zu sein. Na gut. Soll uns ja recht sein, ne? Ah, dieses Kass. Boah, dieses Kass. Der Abkante. Hm? Der Abkante ist. Ach nee, das war ne Leiche. Der Abkante ist. Der Abkante ist. Der Abkante ist. Der Abkante ist. So, ich geh mal kurz Holz holen. Soll ich den Sand auffüllen dann bis oben zur Kante? Oder willst du noch mal Fame setzen? Füll, äh... Nee, warte mal. Wir sitzen oben noch mal ne Reihe Frames. Ansonsten klappen die sich raus. Abkante ist. Hilfe, mich verfolgt ein Zombie Diese Gestöhne hier, ey Eindeutig, zweideutig Andere Spielkameraden suchen Achja, ich wollte ja noch Bölzen herstellen Oh 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 Echt jetzt Echt jetzt Oh 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 ich finde mein Vogelnest, wo Federn drin sind wie bitte? du hast Eier jetzt gehts dir wie mir sonst weich weich du hast Eier du hast Eier Du hast Eier So, we're going to go ahead and start the gate. Was ist denn da? So, ich mach mich wieder auf dem Weg nach Hause. So, ich mach mich wieder auf. Glaubst du gerade Steine? Ja. Glaub und hack und sammle gerade alles was mir nicht gehört. Zum Glück bin ich nicht in deiner Nähe. Ich würde dir eine Ausnahme machen, ich hätte den Klinghammer genommen. Länger Spaß ab. Arsch. Okay. 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 Also verstehe ich dir gar nicht. Du bist bei mir aber auch heute mal extrem leise, also ich weiß nicht was los ist. So... Wooppa! Wooppa! Hat sie doll Freunde du vor der Brücke stehen lassen? Nee... Und wieder mal ein unsichtbarer Airdrop. So, davon brauchen wir jetzt vier Stück. Ne, drei. Da, 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 da. So, hier braucht man wieder drei. So, crafte mal drauf. So, jetzt brauchen wir einen Eimer und Wasser. Hast du genug Ressourcen da, dafür? Oder? Oh Gott, zusammen da her. Ich bin Eimer. Gut. Ich stell mal ein paar Frames her. Für unseren Dachgarten denn? Was, ein paar Frames? Ich kann dir Rohholz geben. Ja, ne. Mach ruhig. Das werden wir erst nach der siebten Nacht machen. Weil vorher bringt's ja gar nicht mit dem Bau. Wie bitte? Du willst redest? Ja, ich rede gerade. Von was? Dachgarten. Äh. 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 Hier, Eimer. Ich bin voll. Ich kann den Jungs mal hinpacken. Dann schmeiß her. Und sauf mal weniger Bistel nicht so voll. Äh. 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 Jut. Wir sind nun auch schon wieder am Ende einer Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr wisst ja Bescheid. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Wenn nicht Daumen nach unten. Es werden keine Daumen nach unten. Abgehackt. Außer auf Wunsch. Und somit, ne. Wisst ihr alle Bescheid. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's Jut. Mh.